Wir präsentieren die neue T-Shirt-Kollektion angelehnt an das berühmtesteste Spiel aller Magion-Hexen und zwar Quidditch. Da haben wir alle Häuser am Start und zuerst schicken wir Gryffindor ins Rennen. Gryffindor trägt ganz klassisch die Farben Rot und auch Gelb bzw. Gold. Auf der Brust haben wir den Löwen im Wappen von Gryffindor und auf der rechten Seite tragen wir auch noch das Quidditch-Logo. Unten an der Seite haben wir auch nochmal den Aufnäher mit dem Harry Potter-Logo, denn wer anders als Harry Potter selbst hat sich dafür eingesetzt, diese Shirts zu seinem Lieblingsspiel zu gestalten. Die Hufflepuff setzen natürlich auf ihre Farben Schwarz und Gelb, doch statt Gelb setzen sie das Schwarz in den Vordergrund, um noch mehr zu zeigen, wie bedrohlich sie auch im Quidditch sind. Bei ihnen auf der Brust ist natürlich das Wappen mit dem Dachs und auf der rechten Seite auch wieder die Besen und das Logo von Harry Potter. Die Ravenclaws treten ganz klassisch in Blau an. Hier möchte ich noch kurz auf den Stoff eingehen, denn obwohl es ein T-Shirt ist, fühlt es sich wirklich wie ein Trikot an. Das heißt, auch wenn ihr nicht gerade spielt, könnt ihr damit eure Quidditch-Mannschaft unterstützen. Last but not least natürlich die Slytherins, hier in ihrem Grün, Grün mit Schlange und Quidditch-Besen und auch hier dem Logo von Harry Potter. Hier im Gespräch mit dem Team-Captain von Slytherin, es gibt Gerüchte, sie hätten die anderen Mannschaften unterwandert, da sie mit ihrem Zeitumkehre die Zeit zurückgedreht haben und so der Captain eines jeden anderen Teams zu werden, um damit ihre eigene Mannschaft nach vorn zu bringen. Was meinen sie dazu? Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.